Der Wald. Ein Ort, der uns vertraut erscheint. Viele seiner Bewohner leben jedoch im Verborgenen und sind selten zu sehen. Wie leben die unzähligen großen und kleinen Organismen eigentlich miteinander? Ist hier wirklich alles so, wie es scheint? Sind unsere Wälder echte Natur oder Menschenwerk, das wenig mit unberührter Wildnis zu tun hat? Februar. Eis und Schnee haben Bäume in bizarre Gestalten verwandelt. Erst langsam, anfangs kaum merklich, zieht sich der Winter zurück. Warme Frühlingswinde wecken den Wald aus seiner Erstaunung. Aus dunklen Wolken fällt kein Schnee mehr, sondern Lebensspenden. Die ersten zaghaften Sonnenstrahlen erreichen das Waldesinnere. Neben Wasser sind Licht und Wärme die Basis allen Lebens im Wald. Es ist März. In Laub- und Nadelwäldern sind die ersten Vogelkonzerte des Jahres zu hören, allerdings in kleiner Besetzung. Noch fehlen viele Stimmen im Chor, denn die Zugvögel sind noch nicht zurückgekehrt. Im Erdgeschoss des Waldes ist eine Wildschweinrotte unterwegs. Im Frühling suchen sie besonders gern lichte Stellen auf, um ein Sonnenbad zu nehmen. In einem warmen Nest aus Zweigen, Laub und Heu haben vor wenigen Tagen kleine Wildschweine, Frischlinge, das Licht der Welt erblickt. Sie gehören zu den ersten Tierkindern im Frühling. Von den Erwachsenen lernen sie, was man lässt und vor allem was man tut. Etwa die zarten Triebe der Waldgräse abzuweiden. Im Kellergeschoss des Waldes eine Füchsin in ihrem Bau. Sie ist trächtig und duldet den Rüden nicht mehr in ihrer Nähe. Im Gegensatz zu den Wildschweinen sind die Bewohner des nahen Waldtümpels noch kinderlos. Während der Bergmolch auf der Suche ist, haben die Grasfrösche bereits Partner gefunden, an die man sich klammern kann. Leichtklumpen Zeugen vom Paarungserfolg. An feuchten Stellen im Nadelwald bedeckt Lebermoos den Boden. Elegant recken sich seine filigranen Sporenträger in die Höhe. In den dunklen Köpfchen reifen Millionen von Sporen heran. Für die Kröte ist es besser, rasch von der Bildfläche zu verschwinden. Denn Wildschweine sind alles Fresser. Kaum ein Winkel im Wald ist vor ihren Rüsseln sicher. Musik 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 Die kleinen Wildschweine verbringen viel Zeit mit Spielen. Das macht hungrig. Nicht jede Zitze ist allerdings gleich ergiebig und so bildet sich eine feste Rangordnung. Um die Milchquelle zum Sprudeln zu bringen, massieren die Kleinen den Bauch der Mutter. Währenddessen verschläft die Füchsin den Tag. Ihr Bauch ist dick und schmerzt. Gut 50 Tage dauert die Tragzeit bei Füchsen. Die Lufttemperatur und die Menge des einfallenden Lichts steuern die meisten Abläufe im Wald. Waldameisen beim Sonnenbad. Der schwarze Teppich aus Insektenleibern heizt sich schneller auf als die Umgebung. Haben die Ameisen genügend Wärme aufgenommen, sausen sie ins Innere des Baus, geben ihre Körperwärme ab und kommen erneut an die Oberfläche, um Sonne zu tanken. Kleine Solarheizungen auf sechs Beinen. Ein Eichelherr ist auf die Waldameisen aufmerksam geworden. Den Vogel begrüßen tausende winziger Säurespritzen, die ihren Bau verteidigen. Für den Eichelherr eine willkommene Dusche. Durch die Ameisensäure wird er lästige Parasiten los. Zu den ersten Frühlingsblühern gehört der Haselnussstrauch. Wenn die Sonne die Luft im März einige Tage auf über zwölf Grad erwärmt, öffnen sich seine Blütenkätzchen. Die winzigen weiblichen Haselblüten strecken ihre Fühler nach dem männlichen Blütenpollen aus. Ein beschwingtes Liebesspiel mit dem Wind. Abermillionen Pollenkörner ziehen als goldene Wolke durch den Wald. Nur ein Bruchteil erreicht sein Ziel. Der Rest geht unter und dient als eiweißreiches Kraftfutter. Für den Frühlingsschildkrebs etwa. Oder die anmutigen Feenkrebse, elegante Rückenschwimmer. Auch ihnen bietet der Tümpel im Frühjahr ideale Bedingungen. Diese Waldkrebse sind Überlebende aus der Urzeit. Ihre Vorfahren ruderten schon durch Wasser, das sich in Fußabdrücken von Dinosauriern angesammelt hat. Heute verdanken sie ihre Existenz anderen Tieren, wie den Wildschweinen. Regelmäßig besuchen die borstigen Teichbauer ihre Suhlen. Die Frühlingssonne lässt das Gewässer rasch schrumpfen. Für Krebschen und Kaulquappen beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Das Austrocknen ihres Tümpels überlebt keiner der Erwachsenenwaldkrebse. Aber im Fell der Schweine gehen ihre winzigen Eier auf die Reise. Mit etwas Glück landen sie in der nächsten Suhle oder auch nur am nächsten Bauchstamm. Und dann beginnt der Waldrausch. Die Blüte der Nadelbäume. Der Blütenzapfen der Fichte ist eine ausgeklügelte Apparatur. Mit seinen gezackten Schuppen lenkt er die Luft spiralförmig um sich herum. So können die weiblichen Blüten den Pollen geradezu einfangen. Eines von unzähligen kleinen Wundern im Wald. Wenn am Abend die Sonne am Horizont verschwunden ist, wird der Wald zu einem Schattenreich mit ganz anderen Geschöpfen. Eine Welt voller fremdartiger, angsteinflößender Geräusche. Doch viele Tiere haben schärfere Sinne als wir und finden sich auch im Dunkeln zurecht. Hirsche etwa können sich noch in finsterster Nacht gut orientieren. Andere sehen jetzt sogar besser als im Hellen. Anfang April. Gut geschützt vor den Augen der anderen Bewohner des Waldes geschieht ein weiteres kleines Wunder. In ihrer Erdhöhle unter einem Wurzelteller bereitet sich die Füchsin auf die Geburt ihrer Jungen vor. Kurz nach Mitternacht ist es soweit. Das erste Füchslein kommt zur Welt. Untertitelung des ZDF, 2020 Am Ende sind es sieben Welpen, blind und in einen dichten schwarz-braunen Pelz gehüllt. Sofort machen sich die Kleinen, die kaum mehr als 100 Gramm wiegen, an ihre erste Mahlzeit. In den ersten vier Wochen werden die Welpen den Bau nicht verlassen. Im Frühling dreht sich alles um die Fortpflanzung. Auch das vielstimmige Konzert der Singvögel. Frühblüher wie das Buschwindröschen werben um Bestäuber, oft zu Abertausenden. Eine Hummelkönigin auf Nistplatzsuche. Ein sonnig gelegener Mäusebau scheint ihren Ansprüchen zu genügen. Auftakt für ein Drama, das sich jedes Jahr zigfach im Wald abspielt. Doch so schnell gibt die Waldmaus ihr behagliches Nest nicht auf. Sie ist um ein Vielfaches grösser, hat aber Respekt vor dem Insekt. Schließlich zückt die Hausbesetzerin ihren Giftstachel. Und die Hausbesitzerin räumt das Feld. Die werdende Mäusemutter muss sich eine neue Bleibe suchen. Noch immer dringt Licht bis auf den Boden und lässt mehr und mehr Frühlingsblumen sprießen. Mit verführerischen Farben locken Veilchen, Leberblümchen und viele andere Insekten an. Manche Pflanzen machen durch intensiven Duft auf sich aufmerksam. Auch die Sträucher und Bäume beginnen jetzt zu blühen, wie die Wildkirsche. Eine Symphonie aus Formen und Gerüchen. Die Eichhörnchen tragen noch ihren Winterpelz mit den charakteristischen langen Pinselohren. Andere posaunen schon lautstark ihre Frühlingsgefühle in den Wald. In lichten Laubwäldern bildet der Lärchensporn mancherorts ganze Teppiche. Seine Blüten leuchten in rosa und weiß und enthalten besonders viel Nektar. Heiß begehrt. Die meisten Blütenbesucher, wie Gartenhummel und Wollbiene, gehen den Tauschhandel ein. Sie bestäuben die Blüten und holen sich dafür mit ihrem langen Rüssel eine süße Belohnung. Unsere Erdhummel aus dem Mäusebau dagegen ist ein Dieb. Sie beißt den Blütensporn auf und stiehlt den Nektar, ohne die Pflanze zu bestäuben. Es gibt allerdings auch Waldblumen, die ihre Besucher überlisten. Das Mannsknabenkraut, eine Orchidee, ahmt die Blüten des Lärchensporns nach. Die Blume ist eine hübsche Betrügerin. Sie klebt den Hummeln, die ihr auf den Leim gehen, Pollenpakete auf die Stirn, ohne dafür mit Nektar zu bezahlen. Andere lassen sich nicht so leicht hinters Licht führen. Wildschweine fressen die Blumen samt ihren faulen Tricks einfach auf. Ende April treiben die Blätter aus. Binnen weniger Tage schließt sich das Kronendach. Die Laubbäume beanspruchen jetzt den größten Teil des lebensspendenden Lichts für sich allein. Je dichter der Wald, desto dunkler wird es im Erdgeschoss. Nur wenige Tiere und Pflanzen haben sich an die Finsternis angepasst. Doch so sahen unsere Wälder ursprünglich gar nicht aus. Bevor der Mensch die Erde nach seinen Vorstellungen umgestaltete, waren viele Wälder offen, parkartig und das ganze Jahr über lichtdurchflutet. Die Landschaftsplaner dieser Zeit waren große Herden von Pflanzenfressern. Ihr gewaltiger Appetit formte einst offene Wälder. Fast alle Grosstiere rottete der Mensch im Verlauf der letzten 30.000 Jahre aus. So verschwanden mehrere Elefantenarten, Wisente und Wildpferde, Nashörner und Riesenhirsche. In den Ebenen Mitteleuropas würde es noch heute aussehen wie in der Serengeti in Afrika. Prähistorische Höhlenzeichnungen zeugen von der Existenz der grossen Tiere, die unsere Vorfahren antrafen, als sie Ende der letzten Eiszeit einwanderten. Die meisten Arten zeigten wahrscheinlich keine Scheu und ließen sich leicht abschlachten. Einige große Pflanzenfresser wie Rothirsch und Elch überlebten nur dort, wo sie geduldet oder genutzt wurden. Blätter, Zweige und Rinde sind die Nahrung der Großtiere. So hielten sie den Wald in Schach. Doch Bäume und Sträucher sind nicht wehrlos und haben sich mit Bitterstoffen, Stacheln und Dornen gewappnet. Der dunkle Wald, wie wir ihn heute oft vor uns sehen, ist also ein Werk des Menschen. Ein recht artenarmer Lebensraum. Aber nach wie vor mit faszinierenden Bewohnern. Dem Aaron-Stab etwa. Seine Blüte verströmt kein süsses Parfum, sondern riecht nach Exkrementen. Und damit noch nicht genug. Die Wärmebildkamera entlarvt, der violette Blütenkolben in der Mitte der Blume wird bis zu 38 Grad warm. Wärme und Kotgeruch locken Schmetterlingsmücken an, die es eigentlich auf den frisch abgesetzten warmen Dung von großen Pflanzenfressern abgesehen haben. Die Besucher normaler Blumen können kommen und gehen, wie es ihnen gefällt. Beim Aaron-Stab ist das anders. Er macht seine Gäste mit Hilfe von Reusenhaaren und glatten Wänden zu Geiseln. Am Tag danach öffnen sich die männlichen Blüten und bepudern die Häftlinge kräftig mit Pollen. Erst dann welken die Reusenhaare und die vorher glatte Kesselwand wird rau. Nach bis zu vier Tagen können sich die kleinen Gefangenen wieder auf den Weg ins Freie machen. Umhüllt von Abertausenden von Pollen. Ganz in der Nähe eine Gruppe von Hirschkühen. Sie sind hochträchtig und die Geburt der Kälber steht kurz bevor. Wie fast alle großen Waldbewohner ist der Rothirsch von Natur aus lieber am Tage unterwegs. Nur dort, wo er vom Mensch gejagt wird, ist er nachtaktiv. Das gleiche gilt auch für den Fuchs. Die Füchsin war nur kurz fort. Denn im Bau warten ihre sieben Jungen auf Geborgenheit, Wärme und eine Milchmahlzeit. Sie sind inzwischen schon kräftig gewachsen. Noch sind sie blind. Erst nach knapp zwei Wochen öffnen die kleinen Füchse ihre Augen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Frühling findet in den Baumwipfeln fast den ganzen Tag ein großes Vogelkonzert statt. Der Weißstorch kann zum Konzert der Waldvögel nur Geklapper beitragen und Gezenk. Bevor es menschliche Siedlungen gab, brütete der Weißstorch auf Bäumen in lichten Wäldern. Auf feuchten Waldwiesen fand er reichlich Nahrung und einzelne knorrige Bäume boten ihm eine große Auswahl an Nistplätzen. Wie in jeder guten Ehe herrscht auch beim Storchenpaar öfter einmal Uneinigkeit über die Inneneinrichtung. Wäldernhofer! Musik Wo das Sonnenlicht bis ins Waldesinnere vordringen kann, leben besonders viele Insekten. Denn nur dort gibt es viel Nektar zu holen. Musik Der Erdhummelstaat im ehemaligen Mäusebau hat sich prächtig entwickelt. Mehr als 30 Staatsangehörige sind ununterbrochen damit beschäftigt, das Nest auszubauen und Zwischenwände einzuziehen. Alles unter Aufsicht der dicken Königin. In den selbstgebauten Fässchen aus Wachs wird goldenschimmernder Hummelhonig eingelagert. Kraftnahrung für den Nachwuchs und die Arbeiterinnen. Hummeln gehören zu den wichtigsten Bestäubern im Wald. Sie fliegen mit erhöhter Körpertemperatur und sind daher auch bei kühlem Wetter unterwegs oder können schattige Waldbereiche nach Nektarquellen absuchen. Ihre Ausflüge tief in den Wald werden oftmals belohnt. In jedem Wald gibt es dunkle und feuchte Bereiche mit ihrer ganz eigenen Flora und Fauna. Hier leben Pflanzen und Tiere, die das direkte Sonnenlicht scheuen, wie der Feuersalamander. Das Ufer des Baches säumt ein Dickicht aus Schachtelhalmen. In einer Zeit lange vor den Dinosauriern wurden sie so hoch wie die Bäume, in deren Schatten sie inzwischen wachsen. Auch abgestorbene Bäume tragen auf ihre Weise zur Vielfalt bei, bieten Nahrung und eine Behausung. Die Füchsin hat alle Pfoten voll zu tun. Ihre Welpen haben die ersten vier Lebenswochen im Dunkeln verbracht. Jetzt zieht es sie immer öfter ans Licht. Ihre Exkursionen ins Freie enden stets im Maul der fürsorglichen Mutter. Noch ist Milch für die Kleinen, die gerade einmal ein halbes Kilo wiegen, die einzige Nahrung. Schon bald wird die Füchsin mit Mäusefleisch für Abwechslung sorgen. Vierlinge. Auch die Waldmaus ist nun Mutter geworden. Bei einer Tragzeit von drei Wochen sicher nicht zum ersten Mal in diesem Jahr. Ob Tier oder Pflanze, Ziel eines jeden Lebewesens ist es, erfolgreich den eigenen Nachwuchs ins Rennen zu schicken. Zwei Jahre lang hingen die Fichtenzapfen am Mutterbaum und reiften. Nun schicken sie die Samen aus schwindelnder Höhe auf eine ungewisse Reise. Nicht selten wachsen die Baumkeimlinge auf den modrigen Überresten ihrer Vorfahren, die ihnen als natürlicher Dünger dienen. Ob sie überleben, hängt davon ab, wie viel Licht sie bekommen. Für die jungen Wildschweine sind die wärmenden Sonnenstrahlen nicht mehr so wichtig. Sie sind nun groß und dick genug, um auch an einem kühlen Morgen nicht mehr zu frieren. Ganz ohne Sonne geht es allerdings nicht. Auf Lichtungen gibt es viel mehr Würmer und Käferlarven aus dem Boden zu wühlen als im Wald des Inneren. Den ganzen Tag ist die Rotte auf den Beinen. Wo sie nicht gejagt werden, sind Wildschweine genau wie wir Menschen tagaktiv. Und am Abend haben sie die gleichen Probleme mit den Kleinen, die nicht schlafen wollen. Jede Tierart hat ihre ganz bestimmten Zeiten, in denen sie munter ist oder ruht. Eine Strategie, um Feinden und Konkurrenten aus dem Weg zu gehen. Etwa eine Stunde vor Tagesanbruch beginnen die Auerhähne mit der Balz. Erst die aufgehende Morgensonne lässt ihr Gefieder Gold und Silbern glänzen. Die Wipfelregion der Bäume ist auch das Reich des Wintergoldhähnchens. Der kleinste und der größte heimische Waldvogel teilen sich das Dachgeschoss. Auch der dichteste Wald hat eine Sonnenseite. Sein Kronendach, das nicht nur in den Tropen, sondern auch bei uns noch nicht gänzlich erforscht ist. Das Fell der Fuchswelpen nimmt inzwischen seine typische Farbe an. Langsam wird es Zeit für die Kleinen, die Welt vor ihrem Bau zu erkunden. Vorsichtig beäugt das Füchslein seine merkwürdigen Nachbarn. Mitte Mai. In feuchten, lichten Wäldern fallen jetzt die Fruchtkörper der Morcheln auf. Am Fuß der schlanken Frühlingspilze befinden sich häufig kleine Eingänge, die gern von winzigen Untermietern genutzt werden. In mancher Käppchenmörchel wohnt sogar ein ganzer Staat. Knotenameisen nutzen das feuchtwarme Treibhaus, um ihre Brut aufzuziehen. Dann, an einem warmen Morgen, werden die Käppchenmorcheln ihrer eigentlichen Bestimmung gerecht. Ausgelöst durch die Strahlen der Morgensonne geben sie Myriaden von Pilzsporen ab. Auch den Morcheln geht es darum, für Nachwuchs zu sorgen. Knotenameisen machen sich nicht nur andere zunutze, sie sind auch selber nützlich. Merkwürdige Gebilde wachsen empor. In ihrem Inneren kleine Kugeln mit weißen Anhängseln. Es sind die Samenkapseln des Duftfeilchens. Der Inhalt zieht die kleinen Sechsbeiner magisch an. Die weißen Anhängsel sind eine Lockspeise. Die Ameisen schleppen das appetitliche Etwas in Richtung Bau und verbreiten so die Feilchensamen im Wald. Drei Viertel aller Waldblumen nutzen mit solchen und ähnlichen Tricks die eifrigen Ameisen als Verbreiter ihrer Samen. Der kleine Fuchs hat einen Neuankömmling entdeckt. Erst spät kehren die Schwarzstörche aus dem Winterquartier in den Wald zurück. Seine ersten Erfahrungen hat er inzwischen gesammelt. Bald werden ihm seine Geschwister folgen. Bis sie den Bau endgültig verlassen, können die Fuchskinder ganz sorglos spielen und für den Ernst des Lebens trainieren. Der kleine Fuchs Draußen zieht ein schweres Frühlingsgewitter auf. Höchste Zeit für viele Waldbewohner Schutz zu suchen. Für die Allerkleinsten ist der Regen, der nach wochenlanger Trockenheit niedergeht, nicht nur Segen. Ein schwacher Schauer gelangt gar nicht erst zum Boden. Das Wasser bleibt größtenteils in den Baumkronen hängen und verdunstet wieder. Andere Waldbewohner fühlen sich zunächst sauwohl. Doch nicht lange. Das Wasser fällt nicht ansiedt. Das lässt Dr exploration. Ein Inferno bricht über die Bewohner des Waldes herein. Die meisten großen Tiere können flüchten. Doch was wird aus den Kleinen? Das wird im nächsten Teil zu sehen sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017